Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Name ist René Elkersreie, auch bekannt als MC René. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein langjähriger Zeitzeuge und Verfechter von der Entstehung der Hip-Hop-Kultur und Geschichte in Europa bin. Und wer mich nicht kennt, den führe ich jetzt zurück zu meinen Wurzeln nach Braunschweig. Entweder du bist ganz oben, weil man dich kennt aus dem Fernsehen oder sonst woher. Oder es kann gar nicht sein, dass man davon leben kann. Man ist immer in diesem Rechtfertigungsmodus. Ich akzeptiere das, wenn die Leute das so wahrnehmen, weil ich weiß, wer ich bin, woher ich komme, was ich getan habe und wohin ich gehe. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass auch in diesem Prozess eines Lebens zu zeigen, wo Scheitern eine Chance ist, wo man ankommen kann. Aber dann muss man dahin gehen, wo es halt wehtut. Man muss sich mit seinen Dämonen auseinandersetzen. Und das ist in der heutigen Gesellschaft sehr schwer, weil wir alle hyperindividualisiert sind und jeder sich ganz schnell ablenken kann. Und lieber die Aufmerksamkeit von außen will, anstatt auf sich selbst und seine innere Stimme zu erinnern. Leider fing das ja mit diesem Hip-Hop an. Weihnachten 1987 hat er sich einen Plattenspieler gewünscht, den er auch bekommen hat. Und hat eine LP von Michael Jackson bekommen. Ja, und von dem Tag an war René nur noch mit seiner Musik beschäftigt. So fing das an. Da war er elf Jahre alt. In der Weststadt haben wir damals gewohnt. Ist ja früher verschrieben gewesen, diese Weststadt angeblich mit dem Ghetto und alles. Aus der letzten Reihe seit der ersten Stunde. Pferdelunge trägt über den Loop. Ziehe Kraft aus jeder Ehrenrunde. Herz auf der Zunge, geh die Wege, die ich schuf. Aus der ersten Reihe bis zur letzten Stunde. Treppenstufen nehme ich im Flug. Pferdelunge schweigt für eine Schrecksekunde. Doch jede Wunde geht auch wieder zu. Schon seltsam schaue ich mir diese Welt ab. Seltsam, liebe jetzt das Leben meiner Eltern. Back in the days when I was a teen-ager. Hatte ich eine Weste wie Nauti bei Nature und ein Pager. Trafenstraße 6 schreibt den ersten Text, ja. Alle folgen Yo und TV und Raps auf VHS. Schule, IGS, überall das Fest. Kleine Pause, schwarzes Brett, Essen machen, schmeiß ich weg. Wir sind im Jahr 1980 und ich erlebte schon früh meine erste prägende Erfahrung. Meine Eltern haben sich sehr früh geschieden. Da war ich vier. Und ja, wir waren dann eine Zeit lang im Frauenhaus, weil die Situation für meine Mutter sehr kompliziert war. Nicht, dass mein Vater gewaltvoll war, aber es war einfach ein bisschen explosiver. Und dann sind wir halt irgendwann in die Weststadt gezogen. Und das war dann auch so ein bisschen diese Zerrissenheit so zwischen Vater und Mutter, zwischen deutsch und marokkanisch. Man hat nirgendwo richtig dazugehört. Man war nicht Fleisch, nicht Fisch. Man war zwischen den Stühlen. Und in dieser Gegend habe ich das erste Mal so richtig, richtige Freundschaften geknüpft, wo auch einer halb und halb war. Du hattest halt ein bisschen diesen Schmelztiegel. Und durch die Rapmusik haben wir uns damit identifiziert. Alle haben Heavy Metal gehört. Wir waren die Einzigen, die Rap gehört haben. Da hat ein Typ aus der Schule gesagt, als ich ihm Rap gezeigt habe, der war schon 18, E-Rap. Und ich dachte, Rap wäre eine Gruppe. Aber das war unsere Liebe und so. Und das hat uns halt so ein bisschen geeint. Wir waren irgendwie lost, weil wir auch nicht die Väter hatten, die wir uns vielleicht gewünscht haben. Und in der Musik haben wir halt irgendwie so eine Art Oase oder Refugium gefunden. Und das haben wir halt hier ausgelebt, gefreestyled und geskatet, Basketball gespielt. Das war eigentlich unser Leben so auf der Straße. Es war schon sehr durchmischt oder Hip-Hop-Kultur mit den einzelnen Komponenten. War auch hier in der Stadt Braunschweig Anfang der 90er sehr stark vertreten. Und hat sich auch vollzogen an Orten wie jetzt hier im V. Oder im Jugendzentrum Rotation. Und es gab keine Disco oder Club, wo dann nur Rap lief. Und zwar hier im V. Und ich war das erste Mal mit 13 da drin. Und das war total aufminkbar. Da lief auch die Musik, die man zu Hause gehört hat. Da lief so Tim Dog mit Fuck Compton oder Public Enemy. Und die DJs waren halt die ersten, die halt praktisch auch auf Rap oder Hip-Hop gesetzt haben. Da hat man auch Musik gehört. Ah, ich muss dann in die Stadt nächsten Tag, wenn ich wieder mein Taschengeld bekomme, um mir diese Platte zu kaufen. Also von daher war das schon ein übelst historischer Ort, weil es eben sowas nicht gab. Da waren Leute von Crews wie State of Departments, No Remorse sind da aufgetreten. DJ Style Wars und Crack war sofort Fan Style Wars mit seinem Lötfinger. Ist so krass abgegangen und war gleich schon so Gott für uns. Da war das schon, das kanntest du nicht aus dem Fernsehen, sondern du hast es live erlebt. Ich stand daneben, habe es in meinen eigenen Augen gesehen. Hier in Niedersachsen schon eine ziemliche Institution. Also die Leute sind gekommen aus dem ganzen Umkreis. Und man hat dadurch halt natürlich auch die ganzen kleinen Mini-Hip-Hop-Crews gegeben. Damals gab es ja noch kein Facebook und Internet und so. Da gab es halt schwarz-weiß gedruckte DIN A4-Fanzines irgendwie. Und da hast du dann geguckt, wo die Jams sind und da konntest du nichts im iPhone. Ich erinnere mich mal dran, da war halt noch sehr viel Selbstmachen angesagt. Mein Studio war ein altes Doppeltape-Deck. Mein Mic, Kopfhörer am Lineal. Ich war so in der siebten Klasse, glaube ich. Und die Jungs waren schon in der neunten. Oder in der zehnten oder elften. Also es war schon auch ein Unterschied. Und der eine hat mir meinen ersten Text geschrieben. Könnte ich jetzt rappen. MCL, the game is fame. Jokes on stage, you don't like it, blame. Get our tapes, join our parties. Look at us, everybody. The crew gets bigger, day by day. Yeah, yo, listen to what I say. From the west side, we do it right. We love to party, but hate to fight. Give me a sign and I rock the floor. I drop rhymes and you shout for more. My name is MCL, the little MC. You say I'm a sucker, so fuck my knee. Das war der Text. Und ich habe gar nichts mehr wahrgenommen. Also ich war halt einfach komplett in der Rap-Welt. Das alles so Anfang der 90er, da war man ja immer irgendwie aussätziger oder sonst was. Immer ein bisschen anders sein. Und man selber hatte halt Bock, subkulturmäßig Graffiti, Hip-Hop, Breakdance, Skaten als auch eine Art davon sich so ein bisschen auszudrücken. Ein paar Beats da selber gemacht, teilweise auch Beatbox. Und dann haben wir ein paar Spaß, ein bisschen gefreestyled und Faxen gemacht, hatten halt eine gute Zeit zusammen. Und das war auf jeden Fall wichtig. Ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr über wen, irgendwie, muss über meine Philipp und Benni Sauer von State of Departments gewesen sein, dass die irgendwie meinten, hier, da gibt es in einer Feststellung einen kleinen Rapper. Alter, glaubst du nicht? Und so, ja, lass mitbringen, wir haben ja eh mehr Zeit als Geld. Und, ja, der hat dann auch Kontakt gesucht und irgendwann haben wir dann halt bei den Sauers so ein bisschen rumgemacht. Und dann saßen wir oben, ich habe halt ein bisschen rumgescratcht so und Olli und René kamen dann auf die, ey, wollen wir nicht mal zusammen rappen? Ja, und dann haben die beiden halt einen Text geschrieben irgendwie. Ich habe halt ein Beat angemacht, habe zwei Mikros angeschlossen, die beiden haben losgerappt. Aber es war schon klar, dass René halt alles in den Schatten stellt. Da war halt, also das Talent schon von ganz früh, ganz früh zu sehen. Das war halt meine Motivation, gehört oder gesehen zu werden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann vielleicht ein Rapper oder ein MC oder ein Künstler geworden bin. Weil ich das Gefühl hatte, ich will was sagen, ich habe was zu sagen. Dann gab es die legendäre Hip-Hop-Jam im Jugendzentrum Rotation, wo wir so elf, zwölf waren und da hingegangen sind. Aber jetzt gab es halt eine Jam, da waren dann Crews aus Berlin da, da waren Leute aus Hamburg da und die waren auch so alt wie ich. 16 waren wir damals und wir haben da gerappt. Und da waren die absoluten Beginner da. Ich wusste, ich habe die da kennengelernt an dem Abend. Man hat sich ja natürlich direkt gleich verstanden. Wir waren ja dann später zusammen mit Main Concept, AWP ist ja auch dann so alt gewesen. Die Klasse von 94. Eigentlich unmittelbar danach, nach so einem Ereignis. Waren wir die Klasse von 94. Aber hier hat dann eigentlich alles angefangen, wo man sich kennengelernt hat. Wo man sich ausgetauscht hat, gemerkt, ey krass, wir haben ja so denselben State of Mind. Und das ist halt das Interessante. Man dachte, man ist allein hier und auf einmal in deiner Hood, wo du aufgewachsen bist, hast du auf einmal diese Jam da vorne. Das war so richtig Hip-Hop romantisch. Da waren so Kreise, die Breaker waren ja damals die Stars, die B-Boys, die Tänzer. Da haben sich die Leute drum geschart. Der MC war eher, ja okay, da treten noch welche auf, aber die B-Boys waren eigentlich die, wo der meiste Fokus drauf lag. Da hat es halt eine Mischung zwischen so Hip-Hop-Aktivisten, die halt tanzen wollten, rappen wollten und halt Leuten, die einfach auch dabei sind, die halt eher auf Krawall gebürstet waren. Und es hat super geil angefangen, oben im Raum, die ganzen Leute am Breakdancen. Und wir sind dann auch da rumgelaufen und haben uns gegenseitig angefreesylt, hatten dann auch einen Kreis, so einen MC-Kreis. Während auf der Bühne irgendwas abgehen war, aber der Fokus eher im Publikum. Weil das Publikum war auch selber meistens kreativ. Tanzen, rappen und so weiter. Und wir so, yeah, es wird die beste Jam unseres Lebens. Oh, wie in so einem Traum. Ja, und irgendwann hast du halt, gab's dann da Tumulte. Verschiedene Crews waren sich untereinander nicht grün. Und, ja, irgendwann Scheiben klören, hast du dich gesehen, hektische Leute, die Polizei kommt rüber, was ist los. Wurde dann die Boxen, die 12-10er, das ganze Soundsystem wurde halt aus dem Jugendzentrum entwendet. Und haben die Berliner ein bisschen Welle gemacht. Und sich ein paar schöne Sachen, ein paar Andenken mitgenommen. Dann gab's so einen kleinen Pit und alle am Ausrasten, ein paar Festnahmen hin und her. Also dann war das Ding dann halt auch relativ schnell zu ändern. Die generelle Perspektive von damals in Bezug auf die Zukunft, die war so unklar und diffus. Ich hatte gar keine Vorstellung. Wir waren im Berufsinformationszentrum und dort haben wir die Interessen eingegeben. Und dann hat ein Computer ausgedruckt, was für Berufe in Erwägung gezogen werden könnten für einen. Von Kindergärtner bis Tankwart war alles dabei, sag ich mal so. Aber ich hab gemerkt, ey, ich geh zur Schule und was soll ich denn lernen? Das interessiert mich alles nicht. Und das Einzige, was mich zu diesem Zeitpunkt interessiert hat, war es zu rappen. Ein MC zu werden, ein richtiger Rapper, der Auftritte hat, der was von der Welt sieht. Ich hab's aber niemals in Erwägung gezogen, yo, ich verlass jetzt die Stadt und zieh nach Berlin oder zieh nach Köln und so. Das war so weit weg, weil man so in seinem Kosmos hier war. Und auch durch so eine Veranstaltung, wo man auch andere Rapper, die genauso alt waren, wie man selbst, hat man überhaupt mal den Mut gefasst, auch in eine andere Stadt zu fahren. Um dort auch an der Jam teilzunehmen, durch das Schülerferien-Ticket. Das ist ein Ticket, da kann man in Niedersachsen oder konnte man in Niedersachsen in den Ferien halt nach Hannover fahren oder nach Hamburg. Da ist man dann mit den Älteren mitgefahren und so hat man die ersten Babyschritte gemacht. Und dort hab ich dann in Oldenburg auf einer Jam Torch kennengelernt. Das war mein erster Kontakt und der war der King damals in der Szene. Und Storm und Zwift, die ganzen B-Boys, das waren richtige Größen, die richtig legendäre Sachen gemacht haben. Und von solchen Leuten Respekt zu bekommen für das, was man tut und nicht, wie man aussieht oder wo man herkommt, was für ein Leben man geführt hat. Das war für mich die größte Motivation, weil all das hatte ich nicht. Und das hat mich motiviert, einfach an diesen Traum auch zu glauben, nicht den Empfehlungen von einem Berufsinformationszentrum zu folgen und wie ein Lemming in eine bestimmte vorkonditionierte Richtung zu laufen, um einem Bild der Gesellschaft zu entsprechen, sondern dem zu vertrauen, wo nur du selber anscheinend geglaubt hast. Und diesmal hatte ich halt ein Feedback, andere haben es nämlich auch getan. Und das war für mich der Huf der Ferne, dem ich dann auch gefolgt bin. Ich habe alles stehen und liegen lassen hier in der Stadt und musste gehen und bin meinen Weg gegangen. Mit vielen Höhen, mit sehr vielen Tiefen. Und jetzt, wo ich zurückkomme, weiß ich, alles klar, alles hatte einen Grund. Es hat einen bestimmten Grund, von hier aus angefangen zu haben, um den Schritt in eine neue Richtung zu wagen, auch ins Ungewisse zu gehen. Und das war das Beste, was mir hätte passieren können. Wir hatten dann gerade die Aufnahmen zu dem That's Real Underground Sampler. Und da fing es dann an, dass er halt, ja, meinen beiden Rappern einfach die Show gestohlen hat. Zurück mit dem Mikrofon in der Hand, galant, wortgewandt und mit viel Verstand. Interessant, auf dem neuesten Stand, nicht bekannt. Mein eigener Style, den ich selbst erfand. Mit reinem Energie, dem gewusst wie ein Start. Mit Voltiv und der Sympathie, meine Poesie. Ein Gedicht mit viel Licht, das sticht ist zu sticht, aber nicht zerfricht. Ich komm die Rapp, nicht versteckt, aus dem Meck, genannt die Weststadt, wohl steckt. Aufgeweckt, nie verdeckt, die Reime rappt, mich nach oben streckt. Den Freestyle abcheckt, ich denk positiv, nicht negativ. Primitiv, inaktiv oder unkreativ, aber daran, wie es um Hip-Hop steht, denn am C-Renning. Er war dann fester Bestandteil unserer Show, hat halt alle Texte mitgerappt. War halt, ja, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr war er bei uns. Und dann war klar, da muss Weiterentwicklung kommen, die konnten wir eben nicht geben. Und so ist er dann halt nach Heidelberg gegangen. Hat uns zwar nicht geschmeckt, aber war ja natürlich das Beste, was er hätte machen können. Jeder muss sich ja selbst entwickeln, sag ich mal so. Das musste ich auch machen, das muss wahrscheinlich bis heute noch. Und dann hat er ja in den Sommerferien immer sein Niedersachsen-Ticket bekommen. Und dann war er nur unterwegs. Nur. Ja. Ich hab ihn auch gelassen. Er war vernünftig, ich hab mir keine Sorgen über ihn gemacht. Ja, und dann fing das an. Dann hat er ja diesen, einen Manager da gehabt. Ich musste nur damals unterschreiben, weil er noch nicht vollgierig war. Und dann hab ich hinterher zu mir gedacht, meine Güte, du unterschreibst was und weißt eigentlich gar nicht, ob das überhaupt alles in Ordnung ist für ihn. Ja, ist ja so. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich überleg mal die Zeit. Boah. Mit solcher Liebe ist er noch dabei. Und boah. Der hat ja tausend Ideen immer noch im Kopf. Und was jetzt noch so alles hin und noch dazukommt in der heutigen Zeit. Oder sein Buch, was er damals 2000 geschrieben hat. Oder seine Bahncard mit der Bahncard 100, wo er noch seine Wohnung aufgegeben hat. Und die glaubten das immer alle nicht. Natürlich ist er so gewesen. Kühlschrank schön leer gemacht bei anderen Leuten. Socken, ne. Sein Bruder wartet heute noch auf fünf Unterhosen von ihm, sag ich mal jetzt so. Ja, das war schon, boah, 2010 war das. Und da ging es ja wieder richtig los damit. Oh, ja. Hat man mit Freude natürlich mitbekommen. Und hat sich halt immer wieder gefreut, wenn er hier mal zurückgekommen ist. So in der Zeit. Und da irgendwas gemacht hat. Bevor die ganze Viva, MTV, Viva, Machen, Tun, hin und her. Da warst du halt nur noch stolz, dass du ihn kennst. Aber er war halt selten da. Aber wenn er da war, dann war er auch da. Und dann waren wir auch zusammen und haben immer so, also wie eine gute Zeit gehabt. Darum geht es, ging es uns auf jeden Fall. Also ich meine, klar hätten wir ihn noch gerne länger behalten, aber wie gesagt, reisende Vögel soll man nicht halten. Und wenn er nichts mehr lernen kann, ist klar, dass er weiterzieht. Während meiner Schulzeit, so um 1994 rum, habe ich mein Debütalbum aufgenommen. Renovolution. Die Renovolution war mein Weg raus aus Braunschweig. Ich fahre mit der Bahncard 100 ohne festen Wohnsitz fast vier Jahre durch Deutschland. Und wo komme ich an? Bei mir selbst und wieder zu dem zurück, was ich innerlich immer am meisten geliebt habe. Spiel mit den Worten, Reime zu machen, aufzutreten, bei meiner Kernkompetenz zu sein, anstatt Leute zum Lachen zu bringen. Und dann hat sich noch ein weiterer Kreis für mich geschlossen, da ich im Unfrieden mit meinem Vater auseinandergegangen bin, als ich diese Stadt verlassen habe, konnte ich 2016 in Marokko mit Figo Braslewitsch ein Album machen. In demselben Jahr bin ich Vater geworden und habe Frieden mit meinem Vater geschlossen, der dann ein Jahr später verstorben ist. Und das war halt krass, ein Leben kommt, ein Leben geht. Und so gab es einen Prozess, auch der Selbstentwicklung, dass man diesen ganzen alten Ballast, dass man den einfach mal fallen lässt, um wieder in der Gegenwart anzukommen. Und dann wieder zurück zur Musik und diese existenziellen Erfahrungen zu machen. Ich hatte große Angst, wie wird das wohl sein in Marokko? Vielleicht mögen die mich nicht oder so. Es wird komisch, wie ist das, weil ich mit meinem Vater so lange nicht gesprochen habe, weil wir uns gestritten haben. Wie wird das sein? Das will ich alles von mir wegdrängen, dieses Wegdrängen und so weiter. Anstatt der Angst, seinen Ängsten, dass man versagt, dass man nicht genug ist, dass man es nicht schafft in der Gesellschaft, die von dir Leistung fordert oder eine Gewinnermentalität ständig zu jeder Sekunde auszustrahlen. Obwohl man sich auch schwach fühlt, alleine, traurig. Wie geht's? Hey, mir geht's super. Wie läuft's? Ja, läuft. Und es lief nichts. Transparent zu sein mit sich und seinen Gefühlen und so. Und die Dämonen, die ziehen dich weg. Die ziehen dich in den Club, ja, in viel Liebelei. Drogen, die ziehen dich weg, weil die Leere in dir drin ist. Und wenn man die Leere, die kann man füllen. Aber es ist schwierig, wenn man keine Liebe bekommen hat. Und ich kann sagen, meine Mutter hat mir Liebe gegeben. Und mein Vater hat mich geliebt, aber er hat's mir nie gezeigt. Fliege weit, genieß die Zeit. Der klassischer Tagesablauf, verheddert als Seele ne Maschendrahtzaun. Sie hustlen und hustlen und schaffen's nicht raus. Bis sich auch die letzte Subkultur an die Masse verkauft. Guck, die Rapper machen das auch. Ich bleibe autark und ich lache sie aus. Ha, ha. Es geht nur um die Accessoires der Rap-Schlager-Stars. Dein Ghostwriter legt dir heute wieder deine Lines mit der Mastercard. Erbeuten Klicks, täuschen Kids. Das bedeutet nix. Erbeuten Klicks, täuschen Kids. Das bedeutet nix. Morgen kräht kein Haar mehr danach. Morgen kräht kein, morgen kräht kein Haar mehr danach. Vielleicht hab ich keinen Plan für danach. Aber mehr Kampfgeiz als jeder Faker, der denkt, der wär bei Martial Art. Ich brauche kein Bodyguard. Ich brauche kein Management. Alles nur Lemminge, komme was wolle, ich bleib in meinem Element. Jede Zeit ist reif, jeder Hype ist nur dem Untergang geweiht. Nur die Eitelkeit ist dein Feind. Du weißt Bescheid. Nur die Eitelkeit ist dein Feind. Du weißt Bescheid. Untertitelung des ZDF, 2020